Heute ist Feiertag, der Tag des Sports, so zumindest mal in Japan, deshalb die Tokio-Tabörse zu allerdings sportlich ist. Es ist der DAX heute Morgen schon mal angegangen, hier wenn ich den Future angucke, ging es ja einigermaßen zügig nach oben. Das lässt ja zumindest vermuten, dass die Stimmung nicht ganz so doof ist. Immerhin ist es ein Anstieg, den wir noch in dieser Box zu verzeichnen haben. Ihr erinnert euch, ich hatte euch letzte Woche hier so ein paar Angebote mal gemacht, wie das in etwa aussehen kann. Idealerweise so dreiwellig wackelnd oder irgendwie mehrfach wackelnd, das haben wir jetzt blöderweise nicht bekommen. Die Alternative war irgendwie sowas, was hinten nochmal einmal steil runter geht. So sieht es jetzt aktuell aus. Aber wir sind an der letzten Unterstützung hier, die hatten wir letzte Woche schon mal angezeigt, eine 12.160 in etwa. Ich mache es mal groß, für einige ist es dann einfacher, das nachzuvollziehen. Also eine Bewegung, die noch völlig normal in dieser Box ist, 38, 20, 50, 61, 8, ist statistisch normal, völlig eine Standardsituation sozusagen als eine Korrektur. Und bietet tatsächlich eine sinnvolle Chance, jetzt dann einen Anstieg zu wagen. Der Anstieg, so sieht es hier zumindest mal aus, der ist schon so halbwegs vollzogen. Und jetzt kommt es tatsächlich darauf an, wie es hier weitergeht. Denn, wann immer wir so einen starken Anstieg haben, also von diesen Tiefs ausgehen, denkt immer dran, Schub in die eine, wackelig in die andere. Manchmal erkennt man es gut, manchmal weniger gut. Aber solange das passiert, ist alles noch in Ordnung. Idealerweise sollten wir allerdings auf den Wegen nach oben möglichst viel Vortrieb haben, überlappungsfrei. Immerhin, diese Korrekturen sind nicht überschneidend, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Denn ich würde jetzt auch nicht in Panik geraten, wenn wir jetzt hier heute Nachmittag vielleicht auf der kleineren Ebene so etwas bekommen. Denn, dann hätten wir ja wieder so eine Situation, was wir angesprochen haben. Ihr seht, das, was ich hier jetzt gezeigt habe, ist ziemlich exakt das hier, was wir im 4-Stunden-Schadennummer größer haben. Also, ihr seht schon, mich schockt der Rücksetzer, den wir jetzt heute Nachmittag haben, eigentlich relativ wenig. Denn für alle kurzfristig Orientierten, ihr könnt natürlich genauso vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt Fibonacci einzeichnen und wisst dann, in diese Box, da soll er gehen. Naja, das hört sich jetzt arg klerikal an, aber das wäre jetzt eine klassische Korrekturbewegung. Einmal scharf gegen Bewegung, nochmal scharf, damit es dreiwellig ist. Wir brauchen ja immer irgendwie, dass korrektiv ist. Alternativ mit diesem Vielfachwackeln, aber ich will euch nicht das gleiche nochmal erzählen, was ich euch letzte Woche erzählt habe. Aber genau so, wie wir es im Großen haben, könnte sich das für die Nachmittagsfreunde heute im Laufe des Tages noch entwickeln und böte dann wiederum einen Einstieg an dieser Stelle, wohlgemerkt. Viele versuchen natürlich und wünschen sich, können wir nicht hier schon reingehen? Ja, kann man natürlich, aber das Risiko, dass der Kurs hier irgendwo im Rahmen dieser Marken tatsächlich nicht dreht, ist nicht klein. Nein, deshalb mag ich lieber eine Bestätigung haben und das Zwischenhoch, das ist jetzt nur angenommen, wir wissen ja noch nicht, wo das Hoch hier liegt, wir wissen nicht, wo das Tief liegt, aber das Zwischenhoch hier wäre eine Möglichkeit, erstmal zumindest davon auszugehen, dass wir das, was wir hier haben, nochmal bekommen. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, Moment, 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 das ist ja nur das im kleinen Bild. Das könnte doch eigentlich auch dazu führen, dass wir dann nochmal Richtung 13.000, 13.100 oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gehen. Naja, kann auch ein bisschen weniger sein, aber irgendwie sowas in diese Richtung, wenigstens, dass wir Richtung 13.000 ernsthaft unterwegs sind, das würde sich damit durchaus lostreten lassen. Also keine schlechte Voraussetzung unter der Voraussetzung, dass der Kurs das, was wir hier jetzt gezeichnet haben, macht. Ob er das macht, weiß ich nicht, aber wenn er es macht, sehe ich es rechtzeitig. Das ist das Entscheidende. Viele sagen ja, aber es hilft mir das, wenn ich es nicht vorher schon weiß. Ich muss das ja nicht vorher sehen. Ich muss es aber so früh erkennen, dass ich es vor meinem Einstieg entsprechend wieder sehen kann. Und deshalb habe ich euch das mal so aufgezeichnet, damit ihr eure Augen und idealerweise euren Zeichenstift darauf konzentriert oder fokussiert, dass er in etwa so aussehen soll. Also, die Konditionierung, die sollten wir auf jeden Fall mal vorreden. So, jetzt haben wir aber nicht nur Feiertag in Japan. Das war natürlich hier nicht das, was ihr erwartet hattet, der Tag des Sports. Vielleicht vieler oder hier, also hier zumindest mal nicht ganz so relevant. Trotzdem, heute ist auch Columbus Day, so hat man es früher genannt. Inzwischen sagt man ja auch der Tag der Einheimischen, also der Indigenius oder wie das immer heißt, ist es inzwischen so ungefähr heißt der Name. Also, Feiertag in den USA, aber die Börse ist offen. Also, insofern noch nicht so Drama. Ihr seht übrigens, das hatte ich mal vorgeschlagen als einen möglichen Verlauf hier. So, und jetzt gucken wir mal, machen wir doch mal groß. Dann seht ihr gleich, was ist denn so Realität, was ist Wunschdenken, was ist Traum? Dann haben wir gesagt, okay, wenn er jetzt hier hoch geht, möglichst fünfwällig, fünf hoch. Ach nee, hat er nicht gemacht. Das heißt, es ist nicht passiert, was ich hier gesagt habe, das kann ich mir vorstellen. Aber damit ist auch jedwede Chance, versehentlich auf der Lungseite da drin zu sein, verpufft. Also, ihr seht, es passiert gar nicht, dass es dauernd so passiert, wie ich mir das vorstelle. Aber der Vorteil ist, ich komme ja dann nicht auf die Idee, auf die Lungseite zu gehen. Ihr denkt immer dran, dreiwellig ist Korrektiv. Dreiwellig ist Korrektiv. Ja, wenn man es nicht gut erkennen kann, ja gut, dann muss man sich andere Gedanken machen. Aber solange es dreiwellig ist oder mehrfach mit Überschneidung, dann ist es Korrektiv. So, jetzt gehen wir mal auf das hintere Ende, das Aktuelle. Und dann sehen wir, wir haben hier auch eine Aufwärtsbewegung. Und ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass mir die viel zu korrektiv aussieht, weil dieser Punkt wieder mit diesem hier überschneidet. Ich bin also in Amerika nach wie vor der Meinung, dass wir, Entschuldigung, dass wir die besseren Chancen in dieser aktuellen Bewegung hier im 5-Minuten-Chart auf der Abwärtsseite haben. Wie passt das zu Deutschland? Da war ich doch ganz positiv. Na, eigentlich doch super, denn da haben wir ja auch gesagt, naja, in dieser Abwärtsbewegung, jetzt von mir aus geht es da mal ein bisschen hoch, aber eigentlich müsste es da noch mal ein bisschen tiefer gehen. Also abwärts ist auch in Deutschland durchaus etwas im kurzfristigen Chart, was noch ansteht. In Amerika ganz offensichtlich auch, zumindest mal, solange der Kurs stark in die eine und wackelig in die andere Richtung geht. Und ich denke, da machen wir uns nichts vor, dass das kein toller Anstieg ist. Das sehen wir schon hier vorne mit den vielen Kursüberschneidungen. Da war man schon nicht super amused. Und spätestens nachdem wir dieser Zwischenhochs hier durchstoßen haben, wissen wir, ja, long wird das nichts. Ganze Knicken. Hier in Teilbereichen. Übrigens, nur mal, dass ihr seht, wie schön das ist in den Kursen. Hier ist ein Tiefpunkt. Hoch, dreiwellig runter. Und das, was wir vorne haben, hinten gerne nochmal. Und das kann auch mehr sein, aber so gerne nochmal. Also ihr seht, das sieht man hier auch zwischendurch immer wieder. Ich wiederhole das so häufig, damit sich eure Augen dran gewöhnen. Es ist leider nicht so, dass das immer funktioniert. Also bitte sagt nie, ich habe auch Gegenbeispiele. Ich auch, ganz viele sogar. Aber das Chance-Risiko-Verhältnis, da will ich jetzt in diesem Beitrag nicht drauf eingehen, ist aber deutlich zu unseren Gunsten. Und deshalb ist das eine attraktive Situation, wie ich finde. So, gucken wir kurz auf den S&P. Okay, naja, gut, das Bild ist nahezu das gleiche. Was auffällt ist noch, dass wir übergeordnet damit unter unsere Box, seht ihr hier diese blaue Box noch, das ist immer so meine Lieblingszone, die Länge weiß ich jetzt nicht, aber die Höhe, die Lieblingszone, wo so eine Korrektur reingeht. Da haben wir letzte Woche schon gesagt, 3662. Ein bisschen tiefer geht auch noch. Wir sind aber inzwischen unter dieser Marke. Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Aus meiner Sicht ist der Bulle hier vorläufig, ich sage mal, mindestens betäubt, wenn ich schon erlebt. Also insofern ist das etwas, was für mich jetzt nicht das vorrangige Bild ist. Aufpassen, dass wir nicht hier einen Fünfweller kriegen. Und dann wieder wackelig oder dreiwellig korrektiv nach oben, um anschließend die Fortsetzung. Also ihr seht es, ich bin in Amerika noch nicht so sicher, ob das wirklich schon ein bullisches Zeichen geht. Ob sich dann der DAX dagegen behaupten kann, das werden wir sehen. Das Gute ist, das wird sich auch hier oder beim DAX in die umgekehrte Richtung in den Mustern widerspiegeln. Und dann habt ihr klare Einstiegsideen, wo ihr eure Positionen eröffnen könnt und müsst da nicht großartig rumraten. Nasdaq ebenfalls deutlich unter die blaue Box. Und für mich, immer wenn er unter die 78,6er geht, die haben wir letzte Woche, konnten wir die schon zeichnen. Die war bei 11.060 circa, etwas drunter. Sobald wir die durchschritten haben, ist das bullische Bild längst nicht mehr attraktiv. Und dementsprechend die Amerikaner alles andere als aktuell im Bullenmodus. Käufe also eher dann vielleicht mal was, was man zwischendurch mal machen kann im kurzfristigen Chart. Aber nicht im längeren sieht das im Moment aktuell absolut noch nicht danach aus. Auch hier gilt, diese Bewegung ist relativ stark. Wenn jetzt hier was Wackeliges oder Dreiwelliges hochkommt, wäre ich gerne gewogen, nochmal auf die Short-Seite zu gehen. Bevor ich aber shorte, möchte ich gerne das sehen, damit ich dann wieder einen Orientierungspunkt habe. Einen guten Einstiegspunkt. Keiner geht gerne an dieser Stelle short. Ich weiß, dass einige jetzt schon Gewehr bei Fuß stehen und sagen, ich gehe dann short, wenn er dieses Tief nach unten durchstoßen hat. Keine gute Idee, wie ich finde. Ihr denkt daran, ich habe es euch ganz häufig erzählt, die Kurse lieben es zu unterschießen oder überschießen, anschließend erstmal zu drehen. Also das ist kein guter Einstieg. Wenn der Kurs allerdings, so wie hier unten im 4-Stunden-Chart gemalt, irgendwann ein bisschen hochkommt, selbst wenn er erst drunter geht, dann ein bisschen hochkommt, dann kann man gerne die Abwärtsrichtung nochmal aufnehmen. Dafür spricht dann doch deutlich mehr. So, also kein guter Standpunkt jetzt im Moment aus bullischer Sicht jetzt hier auf die Kaufseite zu steigen. Scheint nicht der Sinnvolle in Amerika zu sein. In Deutschland ebenfalls noch nicht, weil selbst wenn ich bullisch sein möchte, muss ich ja erst dieses ABC-Pattern haben. Was ich am Anfang des Beitrags gezeigt habe. Spult notfalls nochmal zurück, schaut es euch nochmal an, vergleicht das und dann werdet ihr feststellen, sieht schlüssig aus. Hoffe ich zumindest mal. Ansonsten schreibt es in die Kommentare oder lasst es mich ein andermal nochmal erklären. Solange bis wir die Augen trainiert haben. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis bald.